Eine alte Geschichte erzählt von einem Kind, dem es bestimmt war, Kaiserin zu werden. Und von dem unerwarteten Helden, der ihr Beschützer wurde. Der Tag nacht! Zwischen allen Dingen herrscht ein Gleichgewicht. Licht und Schatten. Gut und Böse. Wenn man das Gleichgewicht stört, greift das Universum ein. Die Welt braucht euch. Sie braucht eure Magie. Die Zeit ist gekommen. Für den Aufbruch ins Unbekannte. Die Welt braucht euch. Untertitelung des ZDF, 2020